hallo meine lieben follower freunde und rein sepper heute geht es um das thema youtube wie mit youtube anfangen eigenen kanal machen eigene videos erstellen was soll ich vermeiden was ist immer gut und die grundsätzlichen tipps die ihr schon beherzigen solltet um auf youtube dauerhaft erfolg zu haben ja also jetzt nicht finanziell unbedingt also ich rede es nicht hier von kohle machen sondern ich rede einfach von verbreitung eurer videos von fans von von subscribern von abonnenten und so weiter darum soll es heute gehen im trash talk nummer 12 also zu allererst zu aller 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 erst wenn ihr einen kanal gemacht habt ihr habt einen namen für den kanal sucht euch vielleicht einen namen aus der ein bisschen einprägsam ist oder der ein bisschen der nicht zu kompliziert ist also nicht irgendwie y z x l a b c oder so was x 34 sondern sucht euch einen eingängigen namen vielleicht ein bisschen kommt darauf an wasser vier videos machen wollt wenn er lustige videos macht macht lustigen namen rein oder was weiß ich ja das da können ja machen was er wollte aber vielleicht dass es ein bisschen nicht zu lang ist so wie bei mir ich habe den odenwald sagt ist das merkt sich kein schwein habe ich am anfang nicht daran gedacht dass sich das keiner merkt cyclist ist auch kein deutsches wort es ist ein englisches wort steht im prinzip für fahrradfahrer eigentlich komplett bescheuert ja also mein channel name ist eigentlich komplett scheiße aber okay der ist halt jetzt nur mal wie er ist und ich bleib dabei schluss aus ja wenn er deshalb dann von anfang an bitte geduld haben geduld geduldig sein das ist ganz wichtig seid geduldig erwartet nicht dass ihr da jetzt zwei videos hochladet und das dann innerhalb von einer woche oder zwei wochen da irgendwas passiert möglicherweise passiert gar nichts wenn ihr den vorteil habt den ich zum beispiel nicht habe aber ihr vielleicht habt dass ihr bei euch auf der schule oder auf dem gymnasium oder wo immer ihr seid oder auf der uni oder im freundeskreis wenn er groß ist oder wenn ihr in sonstigen sozialen netzwerken schon eine größere bekanntheit habt dann könnt ihr es natürlich schneller erreichen dass ihr relativ am anfang schon viele views bekommt viele kommentare bekommt viele abonnenten bekommt aber wenn es nicht der fall ist auf jeden fall geduld geduld ist ganz wichtig das ist der schlüssel erstmal überhaupt inhalt eurer videos also ich persönlich halte es für besser wenn man nicht wenn man keine videos macht die alle anderen auch schon machen also das macht ja jeder irgendwie beauty das macht jeder irgendwie fitness und lifestyle produkttests unpack videos es gibt ja schon fast gar nichts mehr was es nicht gibt da gibt es ja leute die haben ja tagesfreizeit da denkt man sich zwar mal was geht denn da ab die können ja die machen ja alles und das jeden tag irgendwie also wenn ihr jetzt zum beispiel halt beauty macht styling dann versucht halt irgendwie etwas anders zu sein als die anderen alle versucht mal nicht so abgedreht zu sein also diese diese dagi die oder wie die da heißt wenn mich der zuguckt da kriege ich da kriege ich krebs aber multipler weise also augen ohren mund herpes da kriege ich alles hoden krebs da kriege ich echt alles hoden krebs und der penis zieht sich zurück ins innere irgendwann kommt er mir hin aus dem arsch wieder raus also so ein style ich persönlich zum beispiel finde geht gar nicht würde ich nicht tun nein ich gucke nicht nach unten weil ich da irgendwie an was rumspiel ja gut okay ist wasser naja ich will jetzt keine fleischwerbung machen ich muss das etikett hier ab das etikett ich habe riesen hände ich kann das etikett sehr schön abschirmen ja also versucht irgendwie ein bisschen anders zu sein wenn jetzt von zehn beauty kanälen ja neun davon purer stress sind diese dagi bieder die die dagi haki da hatte die hackt dann hat die bumm die ist ja dermaßen adhs krank also die hat ja ein aufmerksamkeits defizit hyperaktiv syndrom und was weiß ich was nicht alles bringt euren eigenen stil rein bringt eure eigene art rein bringt eure eigenen stärken da rein und kopiert nicht irgend so eine so eine flach zange da versucht es einfach mal hier also wenn ich sage zum beispiel ich mache hier dauernd ich mache hier dauernd aus und drücke wieder auf an jetzt lasse ich mal laufen jetzt habe ich lange kein schnitt mehr drin glaube ich ich versuche auch dauernd diese dauernd schnitte weil man kann sich ruhig auch versprechen ich rede ja frei mit euch ich lese es ja nicht vom teleprompter oder sowas ab oder kriegt es aus dem off oder von der soufflöse oder sowas zugequatscht wie in der oper sondern ich rede das ja alles frei ich schreibe mir vorher im allerhöchsten fall ein paar stichpunkte auf so chaotisch braucht ihr natürlich nicht vorzugehen wenn ihr euch da unsicher fühlt und ihr seid euch sicher oder sicherer mit so einem zettel oder was auch immer wo ihr drauf schreibt über was ihr redet und euch stichpunkte macht macht es ist gar kein no go das ist vollkommen in ordnung solange ihr ein bisschen echt bleibt dabei ein bisschen echt bleibt bisschen person also person gebunden bleibt bleibt einfach bei euch und verbiegt euch nicht für irgendwelche idioten die irgendwas von euch verlangen wo ihr keinen bock drauf habt was kann man noch technisch technisch sollte man vielleicht noch ein watt verlieren guck dir mal mein video an was fällt euch da auf was fällt euch so an meinen videos auf beschissene bildqualität aber gute tonqualität beschissene bildqualität weil ich mir momentan noch keine teure kamera leisten kann ich bin nur ein armer mensch aber ich bin okay ich bin ich bin zufrieden damit es funktioniert und ihr seht mich und ihr seht meine mimik und so weiter und es ist nicht ganz so brutal aber ich weiß dass das bild nicht optimal ist dafür ist mein ton in der regel optimal ausgesteuert gut aufgenommen und ja das ist ein studio kondensator mikrofon das braucht 48 volt speisespannung und das ist nicht usb sondern das ist xlr geht in mischpult rein geht aber in usb mischpult rein und von dem mischpult geht es dann in den pc und da wird es dann aufgenommen ich schneide dann das video so dass es original der original ton denn die kamera aufnimmt der kommt weg und es wird die tonspur die ich separat über das mikrofon aufnehmen das wird dann angepasst es klappt meistens aber manchmal ist ein bisschen unsynchron das sind die lippen und das bild ist nicht ganz synchron aber mein gott das gehirn hat eine fehler korrektur wenn ihr das seht und guckt mir in die augen nicht dauernd auf die schnauze die sieht sowieso käsig aus dann werdet ihr das wahrscheinlich mit eurem kopf ein bisschen ausgleichen können was so ever also technik ist auch durchaus wichtig versucht euch ein bisschen mit einem einfachen schneide programm ein klein bisschen rein zu fuchsen wenn er das öfters macht dann fühlt ihr euch da ziemlich schnell heimisch in diesem programm da könnt ihr ziemlich leicht und ziemlich schnell dann arbeiten effektiv dann kriegt ihr auch ganz gute schnitte hin das muss jetzt alles nicht perfekt sein wir sind hier kein tv sender oder so ein scheiß wenn die leute tv gucken wollen dann sollen sie klotz anschalten rtl 7 da haben sie auch diese ganzen überdrehten dschungel camp deppen da und da passen da diese diese anderen flachzangen da alle rein da brauchen die nicht auf youtube rum kacken das verstehe ich sowieso nicht aber ist ja egal verstehe so vieles nicht auf dieser welt viele wirkweisen des universums sind mir nicht bekannt dann noch was ganz wichtiges nehmt nichts zu persönlich oder versucht es zumindest nehmt kritik und so weiter und anfeindungen weil ihr größer euer kanal wird die größer eure zuschauerzahl wird desto größer wird auch die zahl der trolls der idioten der neider und der miss missgünstigen also die leute die euch einfach nichts gönnen die euch schlecht machen wollen die euch dauernd in frage stellen aber das sind meistens die leute die selber überhaupt gar nichts auf die reihe kriegen die haben meistens nicht mal selbst einen eigenen kanal sondern das sind einfach irgendwelche angemeldete was weiß ich über google plus oder was weiß ich wo die da reinkommen und die haben nichts besseres zu tun weil die frau weg gerannt ist oder was weiß ich ja oder das auto ist im arsch können nirgends hinfahren haben nichts besseres zu tun wie rumzutrollen und versuchen dann irgendwelche leute anzugreifen auf die könnt ihr scheißen die bringen euch sowieso nicht weiter don't feed the troll ja versucht content reinzubringen auf euren kanal versucht videos zu machen jetzt nicht auf teufel komm raus jeden schwachsinn aufschnappen sondern macht euch ein bisschen kopf was ihr macht und seht so dass er was weiß ich in der woche mindestens drei videos oder sagen wir mal zwei drei videos die woche hochladet macht wenn ihr es könnt ich kann es nicht macht nicht den fehler den ich mache zu lange clips leute haben keine geduld leute haben kein die wollen nicht lange die wollen keine lange clip sehen vier drei vier fünf sechs minuten sechs minuten ist schon wirklich das ist schon obergrenze unterkannte obergrenze also das ist schon fast zu lange ich schaffe es nicht ich kann so kurze dinge nicht machen ich weiß es ich ich labere zu viel und ich labere zu viel um den heißen drei herum bis ich mal zur botte kommen merkt er jetzt zum beispiel so ein beispiel ich kriege das nicht auf die reihe ich habe es probiert aber in vier minuten kriege ich nicht das gesagt was ich sagen will schluss aus warum soll ich das dann kürzen das hört sich ja an wie was weiß ich wie so ein roboter der sprechen erst gelernt hat wenn ich da dauernd takt 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 irgendwie so nein aber wenn ihr das drauf habt wenn ihr das könnt wenn ihr das auf die auf die reihe kriegt dann macht ebenso relativ kurze dinge macht nicht so lange wie ich oder macht so lange wie ich vielleicht ändert sich irgendwann mal noch so dass das guckverhalten des durchschnittlichen youtube besuchers und vielleicht stehen die dann irgendwann auf längere sachen sagen dann ach komm scheiß klotze brauche ich heute abend nicht anschalten ich gucke mir den odenwald zyklist an oder ich gucke mir den ist demo an oder ich gucke mir was weiß ich was w an oder was weiß ich ja wenn ihr so lange dinge machen wollt macht probiert es aus aber versucht auch immer mal wieder kurze sachen reinzubringen was ein bisschen aufgelockert ist ich arbeite noch dran kommt noch mit der mitte zeit kriege ich das noch hin was vielleicht auch noch wichtig ist dass ihr gescheit tagt dass ihr eure videos anständig tagt dass er das suchbegriffe dass die da passen und so weiter und macht da nicht so 23 suchbegriffe sondern knallt ruhig die die liste da voll aber alles was irgendwie in bezug hat zu dem video oder zu eurem kanal oder sowas das kommt immer gut genauso wie video beschreibung also einmal das video file selbst wie ihr das benennt ja also wenn ihr zum beispiel ein video file habt dass das ein video plant mit dem youtube titel nachher oder mit der handlung sagen wir mal so mit der handlung im video geht es um autos dann schreibt nicht hier auto 1 oder so sondern schreibt halt hin irgendwie pimp my car oder hi fi audio ablage auto oder irgendwie sowas aber das sollte dann schon so klingen wie meine neue ablage im auto oder sowas ja also das ist nie schlecht wenn man da auch so ein bisschen spezifisch wird genauso in der beschreibung der video beschreibung unten am besten nicht einfach den video titeln einfach copy und paste und dann da unten rein sondern schreibt ein bisschen was außenrum noch vielleicht ein paar hintergrundinformationen oder auch links wenn ihr links habt könnt ihr da unten zum beispiel auch interessante links die zu dem thema passen oder die zu einer seite von euch wo ein bezug da ist irgendwie führen zum beispiel facebook oder instagram oder auf tumblr oder was weiß ich was könnt ihr alle da unten könnt ihr alle in die video beschreibung dann schön die links reinpacken und so und es ist immer ganz gut auch eine gute idee sind playlists wenn ihr also ein bisschen verschiedene themen habt so wie ich das mache zum beispiel jetzt hier trash talk und dann das andere thema let's right habe ich abgewandelt von let's play bin ich genial oder was dann macht da playlists erstellt da playlists und da könnt ihr dann die einzelnen themen bereiche die er da macht was weiß ich beauty essen sonstiges was mir gefällt oder so das könnt ihr dann in einzelne playlists reinpacken das ist auch nicht schlecht wenn er das macht ja achtet achtet bei videos wenn ihr videos macht es ist ein schwieriges thema ich blick auch nicht so ganz durch ein bisschen was habe ich begriffen mittlerweile auf wenn ihr fremdmaterial benutzt wie zum beispiel musik wenn ihr musik in euer video einbetten wollt ja als hintergrundmusik wenn ihr gerade quatscht und so dass ein bisschen musik drin habe so wie ich das manchmal mache dann achtet darauf dass das lizenzfreie musik ist es gibt eine coole seite im internet die habe ich also die benutze ich sehr oft für solche sachen die nennt sich free music archive also freie musik archiv fma wenn ihr bei google eingibt fma free music oder so kommt da drauf und da könnt ihr wunderbar nach verschiedenen genre gucken das geht von jazz über klassik hip hop elektronik techno minimal reggae da findet ihr alles mögliche zeug da könnte das anhören so könnt ihr vor also eine vorschau könnte da jedes mal klicken und wenn es euch gefällt könnt das einfach runterladen und da könnt ihr gucken was dafür eine lizenzen drauf sind es sind alles frei verwendbare musik manche bei manchen titeln muss man das angeben in der video beschreibung oder irgendwie im video am besten auch so im abspann oder so was wie man es von filmen kennt ja sorgen so und so von dem und dem lizenz so und so da sind das alle relativ auf der sicheren seite da macht er damit kein müh oder wenn ihr irgendwelche sachen ihr einblendet von tv-serien oder vom von filmen oder sowas das würde ich erst gar nicht erst machen weil das kann so ein bisschen es kann ein bisschen kippelig sein es gibt zwar da dieses fair use fair use das heißt also ihr dürft zum beispiel wenn ihr was zitiert oder sowas und darauf hinweisen und das einblenden irgendwie so kurz dass die leute wissen ach darum geht es jetzt also aber das soll nur kurz eingeblendet werden aber wie das in deutschland das ist auch wieder gibt es verschiedene rechtslagen in usa ist ein bisschen anders wie in deutschland wieder also das ist alles so ein bisschen schwammig da ich weiß nicht wahrscheinlich soll das einfach lassen oder so das ist wohl am besten ihr könnt selber musik machen ich habe ja gezeigt mir die gitarre auch wenn ihr gar kein instrument spielen könnt vollkommen egal könnt einfach darauf rum kloppen oder darauf rum ringeln oder sowas sinkt irgendein schwachsinn dazu das ist dann euer da habt ihr das copyright drauf das darf dann keiner benutzen quasi weil ihr hat dann automatisch habt das copyright drauf ganz automatisch da braucht dann nichts beantragen genauso wie ich jetzt copyright auf dieses video jetzt hier dieses video das ihr jetzt seht habe ich quasi das copyright drauf das darf jetzt keiner da irgendwie kommerziell verwurschteln oder sowas also da gibt es da da muss man auf einiges achten aber wenn er diesen schuh irgendwie von euch haben wollt wenn er nicht drücken soll dann lasst einfach bleiben macht tut da keine musik reinpacken die euch nicht gehört die nicht hier die ihr nicht gemacht habt wo ihr keine rechte dran habt lasst einfach bleiben was haben wir noch kommentare und fragen solltet ihr auch beantworten also ihr werdet wahrscheinlich wenn ihr also wenn euer kanal größer wird wenn ihr viel content habt und ihr habt viele kommentare und viele fragen ihr werdet sie nicht alle beantworten können das geht gar nicht da braucht ihr ja ein extra büro mit angestellten die die fragen beantworten also aber solange ihr klein seid und solange es alles übersichtlich ist oder wenn man eine frage raus sticht auch wenn ihr viele fragen habt und es sticht eine wirklich raus dann beantwortet die also seit ein bisschen ne auch nicht nur im video zu den leuten sprechen sondern auch ein bisschen in den kommentaren und auch mal ein sams abgeben wie ein kommentar und so weiter auch wichtig gerade fällt mir das ein abonniert auch andere kanäle und fragt dort nach ob die euch zurück abonnieren würden damit ihr also abonnenten bekommt das ist auch immer wichtig versucht ein bisschen in kontakt zu bleiben mit anderen youtuber und sei es nur dann wenn man sich ein klein bisschen gegenseitig so ein bisschen die zuschauer auch zuspielt oder sowas das ist auch nie verkehrt ich bin da nicht so besonders gut drin das muss ich ehrlich zugaben geben ich kann also nicht hier von mir aus lauter leute anschreiben irgendwie das ist mir nicht mein ding irgendwie das kommt mir so komisch vor aber macht es wenn ihr wollt macht es es ist nichts schlimmes dran oder so das ist nur bei mir so eine persönliche sache irgendwie was war irgendwie ein dachschaden oder sowas keine ahnung das könnt ihr machen also seht so dass er mit anderen youtube in kontakt kommt und dass ihr abonnements so ein bisschen unanach austauschen könnt was haben man hier noch thumbnails also diese vorschau bildchen diese vorschau bildchen die könnt ihr selber machen zum beispiel mit es gibt es genug freie programme bildbearbeitungsprogramme könnt ihr nehmen beispielsweise können ja mal gucken was da als freien programm gibt die ja da benutzen könnt die kosten nichts ja freeware open source was weiß ich benutzt sowas macht ein schönes thumbnail guck mal bei mir in meinen kanal das sind alles ziemlich bunt sieht aus wie ein kinder kanal aber hat sich so ergeben mit der zeit sucht euch ein schönes hintergrund bild und dann schreibt einen schönen text rein kurz verständlich auf den punkt das ist immer gut dass es vorschaubild das thumbnail dass das gut ist nicht irgendwas aus dem video wo er gerade die augen zu haben sind also oder so irgendwas kann man auch machen aber macht ein schönes thumbnail ist besser was auch gut kommt ist wenn man so ein bisschen sich umguckt was gerade in ist also wenn man jetzt neue viewers requirieren möchte und mehr klicks bekommen möchte kann man ruhig mal auf dem zug auffahren zum beispiel auf dem zug mitfahren der gerade läuft zum beispiel wenn jetzt mal nur ein beispiel wie ich es gemacht habe die tour de france läuft gerade und es ist ein bestimmter fahrer ist gerade vorne also hat das gelbe trikot ist gesamtführender dann könnt ihr ruhig darüber ein video machen weil danach wird dann viel geguckt gerade was momentan aktuellen events ist fußball weltmeisterschaften oder sonstige große ereignisse oder so ecken war es oder auch wenn es politisch wenn jemand eine politische message oder sowas hat was gerade politisch in aller munde ist irgendein politiker hat wieder was weiß so eine pedo sau oder so so ein politiker der wurde da irgendwie hochgenommen weil er irgendwie diese pedo sau ist oder was weiß ich weil er weil er koks schnupft oder weil er irgendwie seinen doktortitel als plagiat dann irgendwie enttarnt wurde könnt ihr ruhig auch machen macht es nicht dauernd oder so weil es wird dann vielleicht irgendwie euch auch zu langweilig aber wenn ihr bock drauf habt könnt ihr es ruhig machen weil da werden suchbegriffe eingegeben und dann kommt ihr auch öfters mal in der suche dann irgendwann hoch der letzte letzte tipp den ich jetzt habe hier für dieses video der ist auch sehr wichtig spaß haben daran habt spaß daran habt spaß an dem was ihr macht ganz wichtig wenn ihr keinen bock habt dann macht kein video wenn ihr heute zum beispiel das gefühl aber naja ich bin in verzug eigentlich müsste ich ja ich habe mir ja vorgenommen alle woche jede woche zwei videos oder sowas zu produzieren ich habe aber keinen bock dann lasst es bleiben macht nicht auf teufel komm raus ein video nur weil er bock weil er keinen bock drauf hat sondern weil ihr einfach denkt ich bin da ein verzug ich muss da was liefern das ist auch scheiße auch nicht gut macht wenn er bock habt darauf so wie ich jetzt ja ich habe jetzt hier gerade war noch am schneiden ich habe das letzte video jetzt hier gerade das wird gerade umgewandelt von meinem programm also und es dauert irgendwie noch eine stunde oder sowas oder eine halbe stunde da mache ich halt ein video zwischen rein aber ich muss bock drauf haben und ich hatte bock drauf besser als die doofe klotze anschalten ja eben hatte ich noch irgend eben kam mir noch so eine idee kurz rein dass ich noch sagen wollte aber habe ich jetzt wieder vergessen oder nein warte mal ja was ganz gut kommt ist wenn ihr leute ansprecht dass ihr die leute im video auch anspricht das heißt dass ihr die leute anguckt so wie ich euch jetzt angucke ich weiß ihr guckt nur für eine doofe kamera das ist langweilig aber irgendwann habe ich zu mir am anfang habe ich gedacht also eine kamera gucken da und rumquatschen das ist mir komisch aber das ist nach einer zeit gewöhnt ihr euch daran und die kamera verschwindet irgendwie ich nehme die kamera mittlerweile nicht wahr ich rede halt auf diesen punkt hin und ich spreche auf diesen punkten wo die kamera ist aber ich habe das nicht dauernd im kurs ist eine kamera oder sowas nee 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 und wenn ihr euch ja das ist auch noch so ein kleines ding was ich vorhin noch irgendwie gelesen habe bei der w sie hat irgendwie so weiß ich nicht mehr wo hat sie das hingeschrieben und hat irgendwie geschrieben dass es sich noch so ein bisschen geniert oder sowas ja vor wem brauchst du dich nicht genieren du hast alles was es braucht du hast ein gesicht du hast einen mund zum sprechen du hast eine kamera ich weiß dass man sich komisch für die ganze welt kann es sehen aber ich meine du zeigst jetzt nichts was du nicht zeigen willst oder sagst ja nichts was du nicht sagen willst normalerweise und da hast du nichts zu verlieren wenn ich mich jetzt hinstellen und zeige meinen nackten arsch in die kamera oder sowas und dann würde ich mich wahrscheinlich schon genieren irgendwie wenn dann heißt aha guck mal der den kenne ich doch der wohnt doch bei mir um die ecke der hat da seinen nackten arsch in die kamera reingezeigt aber wenn du das nicht machst dann passiert auch nichts und außer du willst das machen dann kannst du es machen aber wenn es nicht machen willst dann lässt es bleiben dann macht es einfach nicht so einfach ist das dann braucht man sich nicht genieren für ein normales gesicht so ich kann zum beispiel für mein gesicht nicht allzu viel ich kann das tun was ich tun kann kann mich rasieren kann und so kann mich waschen dass ich hier nicht aus wie so ein total verschwitzter vollpfosten das kann ich machen brauche ich mich nicht genieren ist das was ich hier habe das was ihr hier seht ist ungeschminkt ich schminke mich nicht vor der kamera das hat aber nichts zu tun als ein typ bin aber ich mache es halt einfach nicht ich habe noch nicht daran gedacht vielleicht soll ich mir mal rouge oder ein bisschen abdeckfarbe oder sowas versorgen und einige unebenheiten oder so aber ihr wollt ja keine porzellan fratze da sehen sondern ihr wollt ja wahrscheinlich den aus sie sehen der irgendein zeug erzählt und es geht ja da nicht darum mich da dauernd zu sehen sondern es ich rede halt und das ist mein gesicht wo da die sprache rauskommt und deswegen ist das gesicht drauf also mein hinterkopf könnt ihr ja auch angucken zum beispiel aber es wäre irgendwie blödsinn ein video machen wo der hinterkopf zu sehen ist die ganze zeit ich rede ja nicht dahin mit dem hinterkopf ja das wäre es jetzt erst mal hier an youtube tipps wenn ihr noch mehr youtube tipps habt oder so oder mir fallen noch welche ein dann mache ich ein neues video dazu und zweiten teil aber wenn ihr tipps habt und irgendwelche erweiterungen noch anmerkungen habt schreibt sie unten rein wenn ihr bock habt tut es tut es tut es für mich für euren odenwalzerklist der euch über alles liebt nein ich kann ja niemanden lieben den ich nicht kennen eigentlich also irgendwie so naja egal das ist ein anderes thema ich wünsche euch was habt viel spaß und ich danke euch und fangt an macht euren video kanal macht euren youtube kanal guckt auf die tipps die ich euch gegeben habe ihr werdet die tipps bestimmt beherzigen können und umsetzen können danke ciao bei bei euer unwalzerklist